Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute nur drei ganz kurze Windows 11 Tipps für euch. Mir war das selber nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt. Da hat Windows einiges zu bieten und ich halte die für sehr nützlich und darum möchte ich euch heute die soeben von mir entdeckten Funktionen zeigen. Zum einen, Tipp Nummer 1, kommen wir zum Startmenü. Wir können hier nämlich rechts neben dem Netzschalter, also neben dem An- und Ausschalter, hier können wir einfach rechts klicken und dann auf Starteinstellungen gehen und dort können wir dann verschiedene Dinge, Ordner anzeigen lassen, Personalisierung, Start, Ordner. Wir können die Einstellungen aktivieren, wir können den Dateiexplorer aktivieren, wir können Downloads aktivieren und wir können Videos aktivieren. Nur so als Beispiel, das sind die Funktionen, die ich relativ häufig nutze. Und wenn wir jetzt das Startmenü aufrufen, sehen wir hier die Einstellungen. Wir sehen den Dateiexplorer, den wir öffnen können. Wir sehen Videos, also den Ordner, den wir öffnen können. Und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 2, betrifft die Zwischenablage. Das wissen viele auch nicht, dass Windows 11 einen Zwischenablageverlauf hat. Und wir suchen einfach mal in den Einstellungen nach der Option Zwischenablage, Einstellungen der Zwischenablage und System Zwischenablage. Hier kommen wir beim ersten Eintrag Zwischenablageverlauf einfach zu einem Schieberegler wieder, den wir ein- oder ausschalten können. Und wenn das Ganze eingeschalten ist, dann können wir die Zwischenablage mit der Windows-Taste und V dann einfügen. Und das demonstriere ich euch gerne auch noch kurz hier im Editor. Wir tippen mal etwas. Wie viele von euch bestimmt wissen, können wir mit STRG-COPY jetzt dieses Wort hier markieren. Und dann können wir es mit STRG-V wieder einfügen. Und wenn wir jetzt statt STRG-V Windows-V drücken, dann haben wir Zugriff auf den Zwischenablageverlauf. Da ist jetzt leider nichts drin, weil ich die Funktion gerade erst eingeschalten habe. Aber ich demonstriere euch das gerne nochmal mit einigen Beispielen. STRG-COPY, STRG-COPY und jetzt Windows-V und dann können wir hier auswählen, was wir einfügen möchten. Das ist eine ziemlich coole Funktion, meiner Meinung nach. Und dann kommen wir damit auch schon zum dritten und letzten Tipp für heute. Mit Windows-Taste und Plus könnt ihr die Bildschirmlupe aktivieren. Das wollte ich allerdings gar nicht. Windows-Steuerung Plus. Ich entdecke hier gerade lauter neue Funktionen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, war die Tastenkombination Windows und Punkt. Denn da öffnet sich hier ein Smiley-Menü, wie man es vielleicht vom Handy kennt. Und das können wir ebenfalls in jeder unserer Apps benutzen. Auch im Browser zum Beispiel, auf verschiedenen Webseiten. Und damit sind wir dann auch schon durch. Das waren drei relativ hilfreiche Windows-Tipps, glaube ich, in ganz kurzer Zeit zusammengerafft. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Abo oder Like. Ansonsten gerne auch einen konstruktiven Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020